Insgesamt übertraf dann schließlich ihre Bekanntheit, Beliebtheit und ihr Einfluss sogar das Werk ihres Mannes. Und wie? Indem sie ihre Schwächen öffentlich gemacht hat und sie mit Stärke und Würde ebenso öffentlich überwand. Eine spannende Persönlichkeit, die sehr viel Schmerz erfahren hat, aber auch sehr viele tolle Dinge bewegt hat. Daraus ging halt dann eben die Betty Ford Klinik hervor, die es bis heute gibt. Und man kann ja auch davon ausgehen, dass das auch so ein Leuchtturm einfach war, der generell halt was geändert hat. Und es holt halt Themenausnahmen und Schicksale aus einem gesellschaftlichen Tabu raus. Selbstbewusstsein kommt ja von sich seiner Selbstbewusstsein. Erst dann kann man ohne Angst und Scham so stilvoll wie Michelle jede Hürde meistern. Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt. Mit Joana-Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Böndel. Wir sprechen heute über First Ladies, die Frauen US-amerikanischer Präsidentin. Es ist ja schon ein bisschen erschreckend, dass das so ein fester Begriff ist. First Ladies. Aber tatsächlich hatte das höchste Amt der USA ja noch nie eine Frau inne. Und auch Deutschland liegt da nicht total deutlich vorne mit einer Kanzlerin und null Bundespräsidentinnen. Aber viele Frauen haben es geschafft, aus diesem Beruf, die Präsidentengattin zu sein, mehr zu machen, als einfach nur Beiwerk und Zierde und ein bisschen Winken in die Kamera. Und von den Frauen, die genau das geschafft haben, aus diesem Windschatten, aus dieser Rolle heraus, also im Schatten gestellt zu sein, durch den Sexismus der Gesellschaft dann doch großen Einfluss zu haben und ein großes Leben hinzulegen, das wollen wir uns anschauen und davon wollen wir uns heute inspirieren lassen. Ja, und ich freue mich riesig. Das wird eine total geile Folge, weil echt großartige Geschichten von drei wirklich großartigen Frauen hier heute dabei sind. Mit vielen, vielen Learnings, also in der Auseinandersetzung musste ich wirklich an vielen Stellen schmunzeln und dachte mir so, ey, ich glaube, die hätten alle mal US-Präsidentin eigentlich sein müssen, weil die wirklich, ja, großartig sind und man das manchmal, also warum auch nicht, ne? Aber man hat halt immer dieses Bild oft im Kopf, genau wie du es gerade gesagt hast, von dieser winkenden Frau neben dem Präsidenten, die quasi sozusagen das Bild ziert und wir werden euch heute auf jeden Fall eines Besseren belehren, im Positiven, genau. Genau. Und wir haben außerdem natürlich wie immer nochmal unseren Parallel-Podcast hier dabei, nämlich das Gespräch mit Pia von ZipGate. Und deshalb auch nochmal der Hinweis vorab, wenn ihr wissen möchtet, worüber wir da immer reden mit Pia, das Buch 24 Work Hacks gibt es auf zipgate.de slash learnings minus podcast. Kostenlos für euch, könnt ihr euch nach Hause schicken lassen. Möchtest du anfangen mit der ersten First Lady? Ja, ich fange noch gar nicht mit der ersten First Lady an, weil ich habe mich nämlich erst gar nicht entscheiden können und möchte euch noch ein paar andere schöne kleine Details mit auf den Weg geben, bevor wir dann in die tiefe Thematik der ersten Lady einsteigen sozusagen. Und zwar fand ich es total interessant, Anfang September nämlich machte eine Schlagzeile die Runde, und zwar, dass Jill Biden, also die Frau des amtierenden Präsidenten zur Zeit von den USA, ihren Lehrerinnenjob wieder aufgenommen hat. Klingt erstmal überhaupt nicht spektakulär, ist es aber, denn damit ist sie die erste First Lady der Geschichte, die außerhalb des Weißen Hauses einen Job hat. Nämlich als Englischprofessorin am Northern Virginia Community College. Und sie sagte selber, Teaching isn't just what I do, it's who I am. Und das habe ich total geliebt, als ich diesen Post gesehen habe, weil es eben nicht nur wahnsinnig mutig und selbstbestimmt ist, sondern auch zu Learnings passt, finde ich also. Und deshalb wollte ich euch das nicht vorenthalten. Und so kamen wir eben auch darauf, dass wir eine Folge machen, inspiriert eben auch davon zu den großartigen First Ladies. Und ich habe noch drei andere Anekdoten aus der Geschichte mitgebracht, weil wie gesagt, es gar nicht so einfach war, sich zu entscheiden, weil es wirklich so viele tolle Geschichten gibt. Angefangen nämlich mit Martha Washington. Ja, die gute Martha. Erinnert ihr euch vielleicht? Frau von George Washington war die erste, die von der Presse den Titel Lady erhielt, wie in Lady Washington. Und die erste Frau eines Präsidenten, die auf einer US-Briefmarke erschien tatsächlich. Und das war alles zwischen 1730 und 1800. Also George Washington, schon etwas länger her, war die erste, die eben diesen Titel Lady, First Lady bekam. Also schon einige Zeit her sozusagen. Ein zweiter Funfact, wie ich fand, da ging es um Eleanor Roosevelt. Also die Frau von Franklin D. Roosevelt, ja, ist noch nicht so lange her tatsächlich. Die lebte von 36 bis 62, 1936 bis 1962. Und die schrieb jeden Montag bis Freitag eine weit verbreitete Zeitungskolumne mit dem Titel My Day, die ihr persönliches Leben und ihre politischen Ideen beschrieb. Kurz gesagt, sie war die erste und immer noch einzige First Lady Bloggerin. Ja, also die Gute. Das nächste, was interessant war bei ihr, Eleanor verweigerte nämlich den Schutz des Secret Service, ja, und lernte mit ihrer eigenen Pistole zu schießen. Also nicht schlecht, oder? Von 36 bis 62, das war auch eine coole Zeit, ja. Also Eleanor Roosevelt hat's Faustig hinter den Ohren. Und die dritte, Abigail Adams, ist auch schon ein bisschen länger her, nämlich die Frau von John Quincy Adams, dem sechsten Präsidenten der Vereinigten Staaten, wurde wegen ihres tiefen politischen Wissens und ihrer scharfen Zunge, wurde sie selten Lady Adams genannt. Also so nannte man damals die, die, ähm, die Präsidentengattinnen, ne, also mit Lady und dann dem Nachnamen. Stattdessen war die bevorzugte Bezeichnung für sie während der gesamten Amtszeit ihres Mannes Mrs. President. Ja, also auch etwas, was es, äh, was glaube ich heute gar nicht so, äh, also so, ich glaube heute, ich weiß es gar nicht, macht man das heute? Weißt du das? Passt ich nicht. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall war das etwas, was sie quasi sehr, ähm, unkonventionell eingeführt hatte. Und sie war auch die erste First Lady, die in Washington DC lebte. Obwohl es nur sehr kurz war und sie es auch hasste, wie sie sagte. Einen anderen Rekord, den sie brach, sie und John Adams waren 54 Jahre verheiratet und damit das bisher längste Ehepaar in unserem Land. Ähm, im Land der USA, in unserem Land, genau. Also, aber wir haben heute spannende Persönlichkeiten dabei, wir haben sie noch gar nicht genannt. Wir haben nämlich Michelle Obama dabei, Betty Ford und Jackie Kennedy. Ich hoffe, alles Namen, die ihr schon mal gehört habt. Wenn nicht, dann würde ich sagen, Ohren auf. Spannende Frauen auf jeden Fall dabei heute. Und ich würde sagen, wir starten mit Jackie Kennedy. Gerne, leg los. Super. Also, als First Lady der Vereinigten Staaten wurde sie berühmt und meisterte ihr tragisches Leben wie keine andere. So steht es oft in vielen Überschriften, wenn man nach ihr sucht. Jacqueline, Jackie genannt, Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis. Was für ein Name. Da steckt schon viel Geschichte drin. Sie wurde 1929 in Southampton auf Long Island geboren und starb 1994 in New York City. Also, leider auch nicht mehr unter uns sozusagen. Sie war eine US-amerikanische Journalistin und Verlagslektorin. Da kommen wir gleich schon dazu. Sie war nämlich eben nicht nur die Ehefrau des 35. US-Präsidenten John F. Kennedy und damit vom 20. Januar 61 bis November 63 die First Lady der Vereinigten Staaten. Vereinten Nationen, will ich immer sagen. Vereinigten Staaten. Die in den 60er Jahren als Jackie Kennedy bekannt gewordene Präsidentengattin machte durch ihren modischen Stil und ihre Bemühungen um die Kulturförderung auf sich aufmerksam. Modischer Stil. Ich glaube, wenn man mal Bilder von ihr googelt oder jeder hat dieses Bild von ihr mit diesem kurzen, dunkelhaarig-braunen Bob und immer in ganz schicken Kostümchen ist die aufgetreten. Also immer ganz adrett mit einem Haarband. Also 60er Jahre auch einfach schöne Zeit für schöne Mode, womit sie quasi auch berühmt wurde an der Seite von ihrem berühmten Mann. Während ihrer zweiten Ehe mit dem 23 Jahre älteren griechischen Reda Aristoteles Onassis, mit dem sie bis zu seinem Tod zusammen war, verliehen ihr die Medien den Spitznamen Jackie O. Also Jackie Kennedy und Jackie O. Die beiden Namen sind die Namen, die sie sozusagen prägten und auch Geschichte machen. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wie lernt man einen zukünftigen Präsidenten kennen und welche Geheimnisse und Fakten über diese starke Frau kennt vielleicht noch nicht jeder? Also die Bouviers, ihr Vater war bekannter Börsenmakler. Die Bouviers, ihre Eltern irisch- und französischstämmige New Yorker zogen sie mit ihrer Schwester Caroline Lee. Römisch-katholisch groß. Sie ging zu den besten Privatschulen und obwohl ihre Eltern sich sehr früh scheiden ließen, genoss sie die beste Bildung und eine sehr gute Erziehung. Sie studierte am elitären Wasser College Geschichte, Literatur, Kunst und Französisch, also eine sehr belesene Frau, sehr gebildet, ging als Austauschschülerin ein Jahr nach Paris an die Sorbonne University und auch an die Universität in Grenoble. Später beschrieb sie diese Zeit übrigens als die schönste Zeit ihres Lebens. Also dieses Jahr oder diese anderthalb Jahre in Paris scheinen sehr, sehr stark sie geprägt zu haben. Ihr Studium der französischen Literatur beendete sie dann an der George Washington University. Danach absolvierte sie in Georgetown University ein Aufbaustudium in amerikanischer Geschichte. Also die Guta hat eine ganz schöne Menge studiert und gemacht. Also hat sich sehr, sehr viel mit Literatur beschäftigt auch. Sie liebte die schönen Künste und die französische Kultur. Das war so ein Fable, wahrscheinlich auch ein bisschen aus ihrer Familiengeschichte heraus. Ihr Vater ja auch ein Franzose, der einfach auch sehr stark kunstorientiert war und das ihr wahrscheinlich schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt hat. Nachdem sie dann ihre Ausbildung abgeschlossen hatte, fand sie eine Anstellung als Fotografin und Journalistin bei der Zeitung Washington Times Herald. Also kennt man auch heute die Zeitung und ihre Aufgabe bestand darin, ganz lustig eigentlich, zufällig ausgewählten Bewohnern in Washington D.C. originelle Fragen zu stellen, die zunehmend politischer werden sollten. Also Journalistenausbildung auch noch und ganz gewieft, wie sie quasi da eine rasende Reporterin sozusagen auch war. Zunächst verlobte sie sich mit dem jungen Börsenmakler John Husted, den sie dort kennenlernte in ihrem Job. Und ganz verrückt, denn diese Verlobung wurde relativ schnell ein Jahr später wieder aufgelöst. Und warum war das so? Sie hatte bei einem Kongressabgeordneten-Dinner die Aufgabe, einen jungen Kongressabgeordneten aus Massachusetts zu interviewen, der für den Senat kandidierte. Und ratet, wer das war? John F. Kennedy. Und die beiden verliebten sich Hals über Kopf und sie löste ihre Verlobung auf und einige Monate später heirateten sie. Ich glaube fünf Monate später. Also das ging auf jeden Fall relativ schnell. Und genau, also eine kleine Liebesgeschichte sozusagen, eine wilde kleine Liebesgeschichte. Und ein bisschen weiter vorgespult, als sie dann, als Jackie Kennedy dann, als First Lady, sie hat dann das alles mitgemacht, hat weiter ihren Job verfolgt, hat den Wahlkampf mitgemacht und ist dann als First Lady ins Weiße Haus eingezogen. Das war 1961. Löste sie dort die Frau Eisenhower ab und damit die Politikergattin der 50er Jahre. Jackie Kennedy, man nannte sie auch die Meisterin der optischen Kulturrevolution, versprach dem Hause einen New Look. Während irgendwie Eisenhower immer New Future proklamierte oder New Land, hat sie dann einfach New Look sozusagen in der Presse immer wieder proklariert. Ohne politisch zu sein, machte sie Politik. Ihr politisches Potenzial lag in ihrer Jugendlichkeit, ihrer Eleganz und Anziehungskraft. Ihre wenigen öffentlichen Verlautbarungen bezogen sich meist auf Kunst. Und ihre größte politische Intervention führte zur Restaurierung des kompletten Weißen Hauses. Es sollte zum Inbegriff amerikanischer Geschichte werden. Also ganz spannend. Die hat einfach mal das ganze Weiße Haus auf den Kopf gestellt, vom Optischen her sozusagen. Und das mit Kunst verbunden. Also das war jetzt nicht irgendwie, wir reißen mal alles ab hier, sondern es ging um Kunst, es ging um Denkmalspflege, es ging um Antiquitäten und so weiter. Zu ihrer Familiengeschichte, beziehungsweise der mit John F. Kennedy. Sie hatten vier Kinder, was ein sehr, sehr tragisches Schicksal war, denn ihre erste Tochter ist leider tot geboren worden. Die zweite, Caroline, lebt heute noch und der Sohn John F. Kennedy Jr. verstarb leider auch vor einigen Jahren, vor zehn, 20 Jahren ungefähr. Und der vierte Sohn, Patrick, wurde als Frühchen geboren und ist dann mit zwei Tagen gestorben. Also echt dramatisch, dass die zwei Kinder quasi gebärt hat, geboren hat, gebärt und einfach dieses Schicksal sozusagen da auch irgendwo teilte. Die zehnjährige Ehe mit ihrem Gatten war für sie nicht immer glücklich. Das belegen ihre zahlreichen langen und sehr persönlichen Briefe an einen Priester, die erst tatsächlich 2014 auftauchten. Unter anderem soll er auch eine Affäre mit Marilyn Monroe gehabt haben. Gut, das war kein Geheimnis, das kennt man heute in der Presse, glaube ich, dass der gute JFK sehr, der attraktive Mann sehr bekannt dafür war, die Augen woanders auch zu haben. Und Jacquelines, Jackies Verhältnis zur Familie Kennedy war ebenfalls schwierig, da sie einfach andere Ideale hatte. Und unter anderem, ja, auch von dem ganzen Clan, wie sie es immer irgendwie nannte, nicht so richtig akzeptiert wurde. Nicht nur nicht akzeptiert wurde, sondern auch dieser Clan, der Kennedy-Clan sozusagen, häufig unheimlich viel Sport getrieben hat und sich immer nur mit Sport irgendwie befasst hat. Und sie aber sehr stark sich gerne mit Literatur und Kunst beschäftigen wollte und das irgendwie nicht so richtig angenommen wurde. Die Kennedy-Schwestern verliehen ihr sogar den Spitznamen, die Debutantin. Und Jackie fand die Manieren der Kennedys irgendwie und den Umgangston der Kennedys nicht cool und dadurch haben die sich einfach beide nicht so richtig, also die Familien sich nicht verstanden. Was natürlich nicht so einfach ist, gerade wenn man so das Augenmerk, wenn das Augenmerk so auf einen gerichtet ist. Sie sagte dann irgendwann ihrer Sekretärin, dass sie sich zurückzieht. Sie sagte, sie ist lang genug First Lady gewesen, jetzt wird sie sich mal mehr um ihre Kinder kümmern und möchte diese ganzen Aktivitäten nicht mehr, ja, möchte daran nicht mehr teilnehmen. Und so ist dann ihre Schwiegermutter tatsächlich, Rose, an ihre Stelle getreten und hat immer häufiger an der Seite ihres Sohnes sozusagen die Pflichten einer Gastgeberin im Weißen Haus angenommen. Auch als, und jetzt wissen wir auch warum, als Marilyn Monroe 62 das berühmte Happy Birthday Mr. President ins Mikrofon hauchte, saß nicht Jackie an der Seite von ihrem Mann, sondern die Mutter. Gut, jetzt wissen wir auch warum. Da würde ich dann auch nicht da sitzen und mir das anhören, glaube ich. Im November 63, ein bewegendes, bewegtes Jahr, begleitet Jackie ihren Mann noch einmal bei seiner verhängnisvollen Wahlkampfreise durch Texas, wo er dann am 22. November einem Attentat zum Opfer fällt. Und das Bild damals, ich habe das wirklich nochmal gegoogelt auch, von ihrem, ja, von ihrem rosafarbenen Chanel-Kostüm, was so blutbespritzt irgendwie noch war, geht um die Welt, denn sie zieht quasi dieses Kostüm nicht um. Und als sie, als der Vizepräsident Lyndon Johnson quasi vereidigt wird, ein paar Stunden später, hat man ihr angeboten, möchtest du dich nicht für die Pressekonferenz umziehen und sie hat halt gesagt, nee, ich möchte, dass die ganze Welt weiß, was hier mit meinem Mann passiert ist und hat halt dieses irgendwie Kostüm mit dem Blut drauf angelassen. Also auch irgendwie ein Statement, muss man auch sagen tatsächlich, ganz wahrscheinlich auch im Schock, muss man auch sagen, ich meine, da ist gerade ihr Mann neben ihr erschossen worden. Die Bilder hat man ja auch noch irgendwie oder hat man im Kopf zumindest aus der Presse, wenn man das mal irgendwie sich angeguckt hat und verfolgt hat. Sie hat dann einige Jahre später, das habe ich gerade schon gesagt, den griechischen Rieder und industriellen Aristoteles Onassis geheiratet, der einige Jahre älter war als sie. Und sie wurde damit für die Amerikaner zur Persona non grata, also zu Jackie O, der Frau, die es sich gut gehen lässt. Und nach dem Tod von ihm beginnt sie sozusagen dann ihre dritte Karriere, nämlich die der berufstätigen Frau. Sie geht zurück auch quasi, also geht wieder zurück, back to the roots. Und ja, ist begeisterte Lektorin bis zu ihrem Tod sozusagen, eine literaturbegeisterte Lektorin in dem New Yorker Verlag Double Day. Und ich finde eine großartige Frau, die echt einiges gerissen hat und vielleicht nochmal so zum Mitschreiben, also Reporterin gewesen. Ja, ihre erste Anstellung fand ich schon ziemlich lässig eigentlich. Journalistin, Reporterin hat gelernt, mit Sprache umzugehen, hat viel ihrem Mann zur Seite gestanden auch. Das sind ja alles Dinge, die man nie hört. Man hört dann immer den Präsidenten und die Geschichte des Präsidenten. Aber dass die Frau dahinter zum Beispiel auch sich um die Reden gekümmert hat und sowas, das hört man nicht. Sie war schon vorher verlobt, hat das aufgelöst. Auch so ein Fact, den man, glaube ich, einfach nicht kannte. Sie kam nicht immer gut an, noch heute kopieren Promi-Damen den Stil von Jackie Kennedy, denn schon in den 60er Jahren war sie eine Trendsetterin. Die Frauen eiferten ihr nach, den berühmten Jackie-Look, ja, wollten sie haben. Das fand aber damals tatsächlich das Präsidentenhaus gar nicht so toll, weil sie ganz viel Design aus Frankreich unbedingt anziehen wollte. Und man stellte ihr dann einen amerikanischen Designer Cassini an die Seite, der dann fast alle ihre Kostüme schneiderte, weil man nicht wollte, dass sie quasi europäische Designer trug. Also Wahnsinn, wenn man sich das heute mal vorstellt, oder? Dann gestaltete sie das Weiße Haus um, das habe ich schon erzählt, und kümmerte sich um die komplette Renovierung. Und nachdem sie ihr Budget dafür aufgebraucht hatte, umwarb sie private Spender und erstand historisch bedeutende Möbelstücke von Museen und Sammlern. Also auch ganz schön gewieft, die Frau, einfach mal neue Wege zu gehen. Und so verwandelte sie eben ihr neues Zuhause in einen Ort voller Antiquitäten und Kunst und hat dafür sogar einen Spezial-Emmy-Award bekommen. Also, denn sie hat für einen TV-Reporter mal eine Reportage gemacht, in dem sie dann da durch ist und das wurde honoriert. Also, dass sie einen Emmy gewonnen hat. Wahnsinn, oder? Sie war ein Sprachgenie, sie konnte fließend Französisch, Spanisch und Italienisch sprechen. Und, haltet euch fest, auch ihrem Mann half sie dadurch oft. Nach einem Besuch in Frankreich im Jahr 61, wo die First Lady die Öffentlichkeit durch ihre Sprachkenntnisse begeisterte, stellte sich ihr Ehemann im Scherz, als der Mann vor, der Jackie Kennedy nach Paris begleitete. Also, mit ein bisschen Schmunzeln, aber eine sehr facettenreiche Frau, die dann ihr Kostüm anließ nach dem Attentat, auch ein Statement. Und die zuletzt in der Verlagsbranche dann so ein bisschen ihr Lebensende ja auch bestritt sozusagen, bis zu ihrem Tod einfach dieser Tätigkeit nachgegangen ist und während ihrer Zeit in der Verlagswelt war sie zum Beispiel an mehreren bekannten Büchern beteiligt. Unter anderem zum Beispiel an einer Autobiografie von Michael Jackson. Also, eine sehr beeindruckende und schlaue Frau, ja, die nämlich nicht nur Modepüppchen war, was man vielleicht denkt, wenn man sie sieht. Und sie ist immer so bei sich geblieben und hat so ihre Dinge gemacht. Das fand ich toll, das bringt mich auch zu meinem ersten Learning. Ich habe es mal auf Englisch gelassen, stay true to yourself, even if you're wicked famous. Also, das ist das, was sie, glaube ich, echt so wie so ein roter Faden, was sich so durchzieht tatsächlich. Und das Zweite steht eben auch, nah, geh deinen eigenen Weg, egal in welcher Beziehung du bist. Also, dass sie immer stets auch ihren eigenen Weg gegangen ist und sich Möglichkeiten, Orte, Themen gesucht hat. Wahrscheinlich nicht zuletzt auch durch ihre sehr starke Bildung, die sie ja genossen hat, als junges Mädchen und dann auch als junge, erwachsene Frau. Also, eine spannende Persönlichkeit, die sehr viel Schmerz erfahren hat, aber auch einfach sehr viele tolle Dinge bewegt hat. Ja, ist ja dann auch, wenn man so ein bisschen durch die Karriere des Lebenspartners in so eine Situation reinkommt, halt immer spannend, was man dann daraus macht. Ja. Und sind dann selber politisch aktiv oder man setzt sich für soziale Dinge ein, je nachdem, was die eigenen Themen und Leidenschaften halt sind. Aber man ist halt eben in einer, das geht einem vielleicht auch sonst manchmal im Leben so, ist ja eine Rolle, die eben halt nicht, also, wo man so passiv hingekommen ist oft halt. Ja, klar. Und da muss man eben gucken, wie man diese Rolle ausfüllt. Ja. Was man da draus macht. Cool. Wollen wir mal gucken, wie Betty Ford sie ausgefüllt hat. Ich bin total gespannt. Auf jeden Fall. Schieß mal los. Cool. Betty Ford. Die wurde zur First Lady der Vereinigten Staaten, als ihr Mann Gerald Ford nach dem Rücktritt von Präsident Richard Nixon wegen des Watergate-Skandals das Amt übernahm. Die Geschichte werdet ihr kennen, das ist nicht unsere heutige, der Schauspieler-turned-Präsident Richard Nixon, der Watergate-Skandal und ja, dann ist er zurückgetreten und dann wurde der Stellvertreter Gerald Ford Präsident und damit Betty Ford First Lady. Heute kennt man ihren Namen vor allem durch die Betty Ford-Klinik, würde ich mal so behaupten, in die sich Prominente gerne einweisen lassen, wenn sie Suchtprobleme haben. Schauen wir kurz auf ihr Leben. Betty Ford wuchs wohlhabend auf, mütterlicherseits war man zumindest relativ ziemlich reich, weiß nicht ganz genau, wie viele Millionen es waren, aber es reichte auf jeden Fall und der Vater von Betty Ford arbeitete für die Royal Rubber Company. Betty begann mit acht Jahren mit Ballett und Stepptanz, das war ihre große Leidenschaft, in der Highschool gab sie dann auch selbst Tanzunterricht. Als sie 16 war, verstarb ihr Vater. Er war wohl Alkoholiker und starb zu guter Letzt durch eine Kohlenmonoxidvergiftung, als er in der Garage das Auto reparierte. Dann kann man lesen, es gibt dann so, man weiß ja nicht was, vielleicht doch Selbstmord, da das ja auch keine ganz unübliche Art und Weise wäre. Das weiß man aber nicht, auf jeden Fall starb er jung, sie war gerade mal 16. Betty studierte nach der Schule Tanz und arbeitete dann als Tänzerin und Model. Und ihre Mutter war immer gegen diese Karriere und als Betty dann irgendwann auch das Gefühl bekam, dass sie es wohl nicht ganz nach oben schaffen würde mit dem Tanz, kehrte sie schließlich in ihren Heimatort zurück und arbeitete da einfach in einem Geschäft und gab nebenbei einfach als Hobby noch weiter Tanzunterricht. Sie war einmal verheiratet in erster Ehe, das verlief aber unglücklich, sie wollte sich dann scheiden lassen, ihr Mann wurde aber stark krank durch Diabetes und sie arbeitete dann zwei, blieb mit ihm dann erstmal zusammen und hat sich um ihn gekümmert und dann halt weitergearbeitet, um da das Familieneinkommen reinzuholen. Und als er dann wieder gesund wurde, ließ sie sich scheiden. Also nett, dass sie diese Abzweigung nochmal genommen hat, da hat sie die eher ernst genommen und nach dieser Scheidung lernte sie dann den Navy-Leutnant Gerald Ford kennen, den späteren Präsidenten. Und Ford trat dann ziemlich bald zu den Kongresswahlen an, die beiden heirateten, wobei er sich noch ein bisschen Sorgen gemacht hat, dass das jetzt zu sehr an die große Glocke gehangen wird, denn sie war ja Tänzerin vorher, was jetzt aus heutiger Sicht eher weniger verrucht klingt, aber gut. Und er gewann die Wahl zum Kongress und auch noch 13 weitere und war halt eben lange, lange Jahre im Kongress als Politiker aktiv und so wurde auch Betty Ford dann, ohne dass sie es unbedingt bestellt hätte, Politikerfrau. Sie zog die Kinder relativ allein groß, hatte also viel mit dem Haushalt und den Kindern halt zu tun, betätigte sich aber auch recht typischerweise dann im Netzwerken und in diversen Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aktionen. Wenige Wochen, nachdem ihr Mann dann Präsident wurde, durch den Rücktritt von Nixon, wurde bei Betty Ford Brustkrebs diagnostiziert und sie thematisierte das öffentlich und steigerte so dann auch die Awareness für die Krankheit. Und das ist was, was dann in ihrer Rolle als First Lady und darüber hinaus öfter vorkam, da private Sachen öffentlich zu machen und auf die Art und Weise Aufmerksamkeit auf Themen einfach zu richten. Sie engagierte sich dann in der Folge auch für viele soziale Themen, zum Beispiel für Gleichberechtigung, aber auch für das Recht auf Abtreibung oder auch das Recht zur Scheidung. Und nachdem sie mal im Fernsehen darüber gesprochen hatte, wie sie wohl ihre Kinder beraten würde, falls die mal vorehelichen Sex hätten oder Drehrogen ausprobieren würden, nannten einige Konservative sie No Lady und forderten ihren Rücktritt. So, das war halt so viel politische Einmischung und schon gar nicht auf so eine progressive Art und Weise war halt eben nicht so gewünscht. Die Nation als Ganzes fand ihre Offenheit aber gut, anders als vielleicht die konservativsten Kreise der Republikanischen Partei ihres Mannes und ihre Zustimmungsrate erreichte 75 Prozent. Man hat also eine Zustimmungsrate als First Lady, das ist auch interessant. Man wird zwar nicht gewählt und hat kein Amt, aber gut. Ihr Mann verlor dann die kommende Wahl, da war es mit der Präsidentschaft auch schon wieder vorbei und auch in Bettys Privatleben lief es nicht so ganz einfach. Sie hatte jahrelang Opiate genommen, Schmerzmittel, die ihr wegen eines eingeklemmten Nervs verschrieben worden waren und nach der verlorenen Wahl begann sie dann noch zu trinken. Und sie machte dann, um davon loszukommen, später zu Hause einen überwachten Entzug und machte dann auch wieder hier, nachdem sie das überstanden hatte, ihre Sucht öffentlich. Und da es keine Einrichtung für süchtige Frauen gab, wo man sich hätte einweisen lassen können, um so einen Entzug zu machen und man das eben zu Hause machen musste, gründete sie die berühmte Betty Ford Clinic, das Betty Ford Center. Und sie blieb auch nach der Präsidentschaft ihres Mannes in der Öffentlichkeit und schrieb dann mehrere Bücher über Sucht. 1991 wurde ihr für dieses Engagement schließlich dann die Medal of Freedom verliebt. Sie bekam auch die Congressional Gold Medal und den Woodrow Wilson Award for Public Service und insgesamt übertraf dann schließlich ihre Bekanntheit, Beliebtheit und ihr Einfluss sogar das Werk ihres Mannes. Und wie? Indem sie ihre Schwächen öffentlich gemacht hat und sie mit Stärke und Würde ebenso öffentlich überwandt. Deshalb wäre das Learning für mich, Schwächen und Rückschläge können Chancen sein. Vielleicht liegt deine inspirierende Lebensleistung darin, diese Rückschläge zu überwinden. Und das finde ich auf jeden Fall beeindruckend, dass sie halt in die Öffentlichkeit gekommen ist, auch wenn sie es vielleicht gar nicht unbedingt wollte und dann im Endeffekt so einflussreiche Sachen darin gefunden hat. Einfach zu merken, okay, wenn ich die Aufmerksamkeit habe, wenn ich diese Öffentlichkeit habe, dann nutze ich die auch. Und das sogar noch auf eine Art und Weise zu tun, wo man dann halt eben private Dinge öffentlich macht, sich ja damit auch angreifbar macht. Das haben wir auch gehört. So nicht jeder Konservative fand das alles toll, was ihr Weg war. Und genau, auf die Art und Weise ein Zeichen zu setzen. Endlich weiß ich, wo die Betty Ford Klinik herkommt. Das hat man ja tatsächlich schon öfter gehört. Ja. Nein, spannende Frau. Und auch einfach die Thematik dahinter, das mir jetzt gerade nochmal so in den Kopf gekommen, egal aus welchem Elternhaus du kommst. Also jetzt haben wir so ganz zwei Extreme gehört. Jackie, die so die absoluten, in den elitären Kreisen aufgewachsen ist, mit Zugang zu Bildung, zu Literatur, zu den besten Schulen. Und dann jetzt Betty, die ja sehr, ich sag jetzt mal, in einfachen Verhältnissen groß wird, mit sehr bodenständigen… Die waren auch reich, die Eltern. Ja, aber trotzdem ja sehr bodenständige, wie heißt das, also Tänzerin, dann einfach im Laden gearbeitet. Also das meine ich so ein bisschen gegenübergestellt. Also eigentlich einfacher, ihr Weg in dem Moment. Nicht so viel Bildung, von der man da hört, auf jeden Fall. Genau, das jetzt nicht einfacher im Sinne von, es war einfacher für sie, sondern einfacher im Sinne von, auf jetzt Bildung oder man liest dann immer von denen noch eine Promotion und noch oder hier. Sondern das war halt sehr, sie war da sehr gesettelt mit dem, was sie getan hat einfach. Wahrscheinlich auch, klar, durch ihre Geschichte. Wir sind früher ihren Vater verloren. Und dann, und das wollte ich sagen, nutzt sie das eigentlich auch ein bisschen, um von sich zu erzählen, von dem, von ihrem Leben zu erzählen. Und nutzt ihre Stimme, und das hat sie erkannt. Und das, wollte ich sagen, ist total unabhängig von dem, wo du herkommst. Sie nutzt ihre Stimme als First Lady, um einfach auf Schicksal, auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen. Und das finde ich sehr, sehr mutig tatsächlich. Voll. Weil, ich meine, wir reden hier von einer First Lady, nicht nur von irgendwie einer Politikerfrau, die irgendwo mal in einem Staat mit vorne steht, sondern wirklich echt Themen, die große Verwundbarkeit auch ihres eigenen Lebens sind, die sie da ja wirklich öffentlich macht. Und das finde ich sehr bewundernswert tatsächlich. Und das wird vielen Leuten geholfen haben, ne? Hundertprozentig. Das war ja nichts, was sie jetzt gemacht hätte, weil sie es irgendwie cool gefunden hätte, nochmal in eine Talkshow eingeladen zu werden oder so. Sondern man, daraus ging halt dann eben die Betty Ford Klinik hervor, die es bis heute gibt. Und man kann ja auch davon ausgehen, dass das auch so ein Leuchtturm einfach war, der generell halt was geändert hat. Und es holt halt Themen und Schicksale aus einem gesellschaftlichen Tabu raus. Vorher, wenn man ein Suchtproblem hatte, dann hat man das vielleicht niemandem erzählt und hat versucht, den Entzug zu Hause zu machen. Und seitdem gibt es dann halt eben auch für Frauen eine professionelle Einrichtung. Und inzwischen werden es ja wohl deutlich mehr als eine sein, wo man das halt medizinisch und psychologisch betreut, unter anderen Umständen machen kann und so weiter. Und enttabuisiert eine Krankheit auf die Art und Weise. Und das war ja nicht mal das einzige Mal, dass sie es so gemacht hatte mit Brustkrebs. Hat sie vorher eh nicht agiert und geschieden war sie auch und hat sich dann halt für das Recht auf Scheidung eingesetzt und so weiter. Also im Endeffekt genau das gemacht, was dann halt geht daraus. Zu sagen, gut, wenn ich jetzt hier diese Person des öffentlichen Lebens geworden bin durch meinen Ehemann, dann nutze ich das. Genau, was macht man jetzt daraus, Person des öffentlichen Lebens zu sein? Als Influencerin quasi, dann zu sagen, vielleicht kann ich ja auch noch was anderes als Sofaa-Einrichtung, Sofaa-Einrichtung, das Wort gibt es gar nicht, als Inneneinrichtung irgendwie zu thematisieren. Ja, das stimmt. Ja, Wahnsinn. Bevor wir zur dritten spannenden Frau für heute kommen, kommen wir noch zu Pia. Denn Pia hat nochmal einen Learning-Hack, einen Hack mitgebracht. Und da schalten wir jetzt mal rüber nochmal zu Tobias und Pia. Das machen wir. Ihr habt bei ZipGate keine festen Arbeitszeiten, aber ihr habt eine Stempeluhr, ganz archaisch. Und warum ist das für euch ein top-modernes Tool? Stempeln, tolles Thema. Also ich würde sagen, das Tool ist alt und verstaubt. Aber wie bei absolut jedem Werkzeug kommt es ja darauf an, was man damit macht, wie man es benutzt und wofür es am Ende eigentlich da sein soll. Bei uns ist die Stempeluhr dazu da, Überstunden zu verhindern. Ich würde sagen, das könnte man schon mal ein bisschen modern nennen. Denn ursprünglich wurden Stempeluhren ja eigentlich eingeführt, damit Menschen nicht zu wenig arbeiten. So, dazu funktioniert unsere Stempeluhr natürlich auch, klar. Aber die Idee dahinter ist, dass wir ein Gleitzeitarbeitsmodell haben. Ich glaube, das nennt man so. Ich kenne das Wort Gleitzeit aus meiner früheren Karriere in anderen Firmen eher so, dass ich natürlich alle Freiheiten habe. Ich darf super gerne früher kommen und später gehen. Bei uns gibt es dagegen so eine Art Korridor. Zwischen Plus und Minus 10 Stunden sollten wir uns alle so ungefähr bewegen. Wenn ich heute eine Stunde länger gearbeitet habe und gestern vielleicht auch, dann sehe ich halt zu, dass ich in den nächsten Tagen irgendwann mal früher Feierabend mache oder später zur Arbeit komme oder so. Das gibt uns eigentlich eine ganz nette Flexibilität, die uns aber auch dazu bringt, unsere Arbeit zu balancieren. Naja, und wenn ich stattdessen früher komme und später gehe und das zur Kultur und zum guten Ton in der Firma wird, dann fallen da Überstunden an. So, und Überstunden sind, Achtung, Waste. Und Waste ist Verschwendung. Und Verschwendung wollen wir uns nicht leisten. Punkt. So, ich werde nochmal deutlicher. Wer heute immer noch in einer Welt lebt, in der mehr Arbeiten gleich mehr Gut bedeuten soll, hat einfach die aktuellen Entwicklungen und Studienlagen seit Jahren verpasst. Der Acht-Stunden-Tag wurde ursprünglich für Menschen am Fließband erfunden. Diese Leute haben morgens an der Uhr ihr Menschsein abgegeben und durften es abends beim Ausstempeln dann wieder abholen. Das Wichtige daran zu verstehen ist, dass solche Dinge wie Innovation und Kreativität von Mitarbeitern am Fließband explizit komplett unerwünscht waren. Denn es hatten sich vorher viele schlaue Leute, Wissenschaftler und Co. Gedanken darüber gemacht, wie die eine beste Möglichkeit ist, diese eine Schraube in diesen einen Kotflügel zu drehen. So, wenn ich dann da stehe und diese eine Schraube in diesen einen Kotflügel drehen soll, und das bitte so oft wie möglich am Tag, dann soll ich bitte nicht rumexperimentieren, sondern das einfach so machen, wie mir gesagt wird. So, du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Heute sieht unsere Arbeitswelt einfach mal ganz anders aus. Wir müssen ständig neue Lösungen finden. Die Welt und die Anforderungen dieser Welt an uns, die ändern sich die ganze Zeit. Unsere Kreativität und unsere Lernfähigkeit vor allem sind zu dem geworden, was unsere Firma eben am Ende am Leben hält. Und wer heute noch komplexe Probleme versucht, mit komplizierten Lösungen zu lösen, der steht einfach irgendwann in einer Sackgasse fest und kommt da nicht mehr raus. So, und genau in solchen Fällen wird dann ein Mangel an Ideen durch Fleiß kompensiert. So, Fleiß a.k.a. Überstunden. Das sind dann solche Unterhaltungen wie, hey, hast du schon eine Lösung für dieses neue Problem gefunden, das wir vorher noch nicht kannten? Die Antwort ist dann, nee, noch nicht, aber ja, ich habe da mal eine Taskforce gebildet und wir haben da schon 200 Stunden in die Marktanalyse und den Business Case investiert. So, und in vielen Firmen gibt es dann dafür Tischgeklopfe und Kopfgenicke. Naja, und bei uns würde ich dann den Kopf im Team schräglegen und mir denken, na herzlichen Glückwunsch, 200 Stunden noch keine Lösung. Wo bin ich denn die letzten 180 Stunden gewesen? Und wieso haben wir in der Zeit noch nicht schon mindestens drei Experimente gefahren, um sehr, sehr viel, sehr, sehr schlauer zu werden? Naja, und damit komme ich auch wieder bei Überstunden an. Leute, die über zu lange Zeit Überstunden schieben, sind unausgeglichen und gestresst. Und gestresste Leute haben Stresshormone im Blut. Stresshormone verhindern Kreativität und führen zu Tunnelblick. So, in kurz, wir können es uns nicht leisten, dass unsere Leute zu viele Überstunden machen. Was da an Qualität verloren geht, nur damit am nächsten Tag drei Zeilen Code mehr da stehen, die ich wahrscheinlich eh wieder löschen kann, das ist einfach zu teuer. Ich habe mal ein fantastisches Wort dafür gehört und ich finde das ganz großartig. Struggle Porn. Das ist dann, wenn Leute wieder einen All-Nighter gepullt haben und sich morgens vor der Präsentation den fünften Triple Espresso reinkippen und ihre Augenringe vergleichen oder die Bundesregierung wieder bis morgens um vier diskutiert hat und dann eine Lösung präsentiert, die sie überarbeitet, übermüdet und ergo völlig überfordert zusammengedengelt hat, nur damit es vorbei ist. Ich muss gestehen, man merkt das vielleicht ein bisschen, das macht mich ein bisschen wütend. Denn wer zu viel arbeitet und zu wenig pausiert, sabotiert die Qualität seiner Arbeit. Punkt. Der Taylorist ist vorbei, Leute. Und Menschen sind keine Maschinen. Und wenn wir so tun, als wären wir Maschinen, excuse my language, kommt da mittelmäßiger Bullshit bei raus. So, Mic Drop, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Okay, danke Pia nochmal auch für diesen Teil unseres Gesprächs. Und ihr könnt euch, wie schon gesagt, die 24 Work Hacks auch gerne bestellen, wenn ihr auf zipgate.de slash learnings-podcast geht. Dann bekommt ihr das kostenlos geliefert als Learnings-HörerInnen. Wir machen weiter mit First Ladies. Ja, und mit einer, die glaube ich jeder von euch kennt, nämlich Michelle Obama. Eine Frau, auf die wir alle in den letzten Jahren und besonders auch zum Wechsel der Präsidenten-Kandidatur sozusagen von Obama nach Trump geschaut haben. Und ja, eine ganz tolle Persönlichkeit, die ich jetzt hier heute nochmal als letztes dabei habe. Denn Michelle Obama war First Lady. Das wissen wir alle. Stil-Ikone, auch das ist, glaube ich, nicht an dem einen oder anderen vorbeigegangen. Mutter, sie ist Rechtsanwältin und Autorin und hat eine Menge Qualifikation dabei und hat sich die Herzen der Amerikaner im Sturm erobert. Wie hat sie das geschafft? Nicht nur, weil sie die erste afroamerikanische First Lady tatsächlich war und mit ihren 1,80 auch die größte tatsächlich. Ja, sondern sie hat mit sehr viel Charme und Humor die Amerikaner, ja, im Sturm erobert oder auch erreicht oder berührt, sagen wir mal so. Michelle ist 1964 in Chicago geboren und zwar als Michelle LaVaugh Robinson, tatsächlich. Und sie war als Ehefrau des 44. US-Präsidenten, nämlich Barack Obama, von 2009 bis 2017, so lange war das tatsächlich, ne, coole acht Jahre, die First Lady der Vereinigten Staaten. Doch dass Michelle später einmal in Hochglanzmagazinen, geschweige denn im Weißen Haus, zu finden sein würde, war absolut kein Selbstläufer. Sie ist nämlich aufgewachsen, nicht etwa in einer nobelen Ecke ihrer Heimatstadt Chicago, sondern in einem einfachen Arbeiterviertel, wo sie sich mit ihrem Bruder ein Schlafzimmer teilen musste, das gleichzeitig auch noch das Wohnzimmer in ihrem Elternhaus oder im Elternapartment, muss man wohl eher sagen, war. Ihre Eltern Metzger und Sekretärin und die Vorfahren ihrer Eltern afroamerikanische Sklaven. Also ganz interessant, woher quasi auch ihre Familie sozusagen kam. Aber Michelle Obama wäre nicht, wo sie heute ist, wenn sie nicht hart gearbeitet hätte, um ihren Traum zu erreichen. Und der war es, in relativ jungen Jahren schon zunächst an einer Elite-Uni angenommen zu werden. Das hatte sich die kleine Michelle irgendwie so in den Kopf gesetzt, dass sie dafür alles tun wollte, um sich irgendwann mal an einer großen, renommierten Elite-Uni zu bewerben. Geträumt getan, wie man so schön sagt. Sie studierte nämlich erst in Princeton, einer Elite-Uni in den USA, Soziologie, und später dann in Harvard Rechtswissenschaften. Also nicht schlecht, ne? Letzteres stellte sich als besonders gute Entscheidung heraus, denn als sie nach dem Studium in der renommierten Anwaltskanzlei Sidley Austin arbeitete, lernte sie ihren heutigen Ehemann Barack Obama kennen, der damals noch ein kleiner Praktikant war. Und sie war nämlich sein tougher Boss. Also interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Das fand ich ganz lustig irgendwie. Deshalb lehnte sie nämlich auch konsequent alle ersten Versuche ab von Barack, der immer wieder nach einem Date mit ihr fragte. Ja, ganz schön mutig, der Barack Obama da, die Chefin nach einem Date zu fragen. Ganz süße Geschichte. Doch der zukünftige Präsident ließ nicht locker. 1992 wurde in Chicago geheiratet. Also, sie ist dann doch mit ihm ausgegangen auf ein Date. Und 1998 erblickte ihre erste Tochter Malia das Licht der Welt, gefolgt von Töchterchen Natascha. Und vielleicht ist Michelle auch deshalb bei den Amerikanern so beliebt, denn sie verkörpert quasi so den American Dream. Also von irgendwie dem Arbeiterviertel zur First Lady beziehungsweise zur erfolgreichen Karrierefrau. Und nicht nur das, sie hat auch noch einen glänzenden Humor. Dazu komme ich gleich auch noch dazu. Sie arbeitete immer weiter, auch als sie damals dann Barack kennenlernte. Sie war zum Beispiel Beraterin des Bürgermeisters für Planung und Stadtentwicklung. Später als Executive Director und Vice President am Universitätskrankenhaus. Vor Community und External Affairs war sie zuständig. Gleichzeitig war sie schon im Aufsichtsrat auch von Treehouse Food, einer Company, die sich eben für gesunde Ernährung einsetzte. Und als die Präsidentschaftskandidatur von Barack dann stand, unterbrach sie ihre Karriere und widmete sich voll und ganz dem Wahlkampf. Also, ganz schön viel schon geleistet und gemacht und ist ganz schön erfolgreich gewesen einfach. Von Anfang an liebten die Amerikaner sie und nicht nur die Amerikaner. Ich glaube, irgendwie die ganze Welt hat auf sie geguckt, denn wann immer sie aufgetreten ist, hat sie für Aufmerksamkeit gesorgt. Zu Beginn der ersten Amtszeit ihres Mannes freuten sich viele über das erfrischende Auftreten seiner Frau. Endlich eine First Lady, die ein bisschen Schwung in die Bude bringt, sozusagen, ja. Ob witzige Videos bei Twitter oder Interviews mit amerikanischen YouTube-Stars oder ein Song gibt es sogar über eine Rübe, um jungen Amerikanern gesundes Essen näher zu bringen. Also, sie war sich irgendwie für nichts zu schade und für keine witzige Werbeaktion zu schade oder hat sie halt auch ausgelassen. Und das hat tatsächlich Früchte getragen, denn ihre Beliebtheit ist bei den Amerikanern mittlerweile sogar größer als die ihres Mannes. Also, auch ganz interessant, ja. Also, größer als die ihres Mannes und schon während dessen ersten Wahlkampf weckte sie schon Sympathien durch sehr viele ironische Bemerkungen und witzige Anekdoten, die sie immer wieder zum Besten gab. Also, sie hat im Wahlkampf schon immer mal wieder Anekdoten aus ihrer Familie, aus ihrer Beziehung erzählt. Das wurde dann ein bisschen weniger, als es in Richtung Wahl ging. Man hat dann da schon, glaube ich, drauf geschaut. Aber auf jeden Fall war das etwas, was sie ausgemacht hat und wo sie einfach sehr authentisch war und viele berührt hat oder bewegt hat, sozusagen. Und aber nicht nur wegen ihrer herrlich selbstironischen Internetauftritte wurde sie gefeiert, sondern sie galt auch noch, eine Parallele zu Jackie, als absolute Modeikone. Schon bei der ersten Amtseinführung Obamas punktete sie durch ein sehr auffälliges grünes Spitzenkleid von einer tollen amerikanischen Designerin und seitdem hat, ja, Michelles guter Modegeschmack auch nicht nachgelassen. Ja, immer wieder wird ihre Kleiderwahl von den Medien gelobt und man schaut, hat auch immer wieder geschaut, wenn die, wenn da Auftritte waren, was hat sie an, hat sie Anzüge an, hat sie Kleider an. Eine sehr gut angezogene, mutig angezogene Frau und die Modewelt dankt ihr diesen guten Geschmack tatsächlich, denn 2009 wurde sie als neue First Lady der USA in der Vogue porträtiert, ja. Und wer die Vogue kennt von euch, wir haben ja hier auch schon einige Ausgaben mal gehabt, Starfotografen, da kommt man nicht einfach so aufs Cover, ne. Und schon gar nicht, wenn man nicht zwingend die 90-60-90-Maße hat, das hat sich auch verändert in den letzten Jahren. Aber sie wurde porträtiert und auf das Cover genommen und wurde tatsächlich von der Superfotografin Annie Leibovitz, ja, Starfotografin, haben wir euch in Folge 49 vorgestellt, die gute Annie Leibovitz. Wurde sie porträtiert und abgelichtet, ja, also tatsächlich hat sie es geschafft, da hinzukommen und die Einzige, die neben ihr das auch mal geschafft hat, war Hillary Clinton. Und sie hat das vier Jahre später nochmal geschafft, aufs Cover von der Vogue zu kommen, also allein da sieht man schon, dass auch das Thema Mode und einfach auch, ich glaube, sehr stark Selbstbestimmung und Ausdruck und Kraft irgendwo da auch ganz stark in ihr drin steckte. Und die Obamas wären nicht die Obamas, wenn sie nicht nachhaltig etwas für die amerikanische Bevölkerung hinterlassen würden. Barack hat es gemacht mit seinen Memoiren, dem Titel eines Buches oder seines Buches A Promised Land, ein verheißenes Land. Und Michelle hat das Buch Becoming rausgebracht, ihre Autobiografie, das ist jetzt auch schon drei Jahre her, 2018 nämlich wurde veröffentlicht und brach tatsächlich Rekorde. Sie wurde in 24 Sprachen übersetzt und wurde innerhalb von zwei Wochen ganze zwei Millionen Male verkauft. Das ist doch mal eine Benchmark, ne, für, wenn man so ein Buch rausbringt. Also auf jeden Fall, Buch kann ich sehr, sehr gut, kann ich tatsächlich empfehlen. Ende letzten Jahres kam die Verkaufsquote auf 14 Millionen Mal. Mal, das ist echt eine Menge und sie spendete sogar eine Million Bücher an die Organisation First Books, die dafür sorgt, dass Kinder leichten Zugang zu Büchern bekommen. Also ganz im Sinne der First Lady sozusagen. Das Spannende an dem Buch und deswegen kann ich das auch sehr empfehlen, es ist wirklich eine unheimlich tolle Autobiografie, lese ich sowieso gerne Autobiografien, finde ich sehr, sehr spannend. Ist in drei Teile eingeteilt, Becoming Me, Becoming Us und Becoming More und sie schreibt in dem Buch sehr, sehr offen über Themen wie zum Beispiel Rassismus während ihrer Studienzeit in Princeton, ihre Versuche schwanger zu werden und dass dann ihre Kinder auch beide durch künstliche Befruchtungen entstanden sind. Und sie schreibt über die häufige Abwesenheit ihres Ehemanns während seiner politischen Karriere, also da war auch nicht alles rosig und sie schrieb auch darüber, mithilfe einer Eheberatung an ihrer Partnerschaft gearbeitet zu haben und keine eigenen politischen Ambitionen verfolgt zu haben. Genau. Und sie spricht auch über den Nachfolger ihres Ehemanns, Donald Trump und bezeichnet ihn in ihrem Buch als frauenfeindlichen Rüpel und kritisiert ihn sehr stark dafür, die Echtheit, vielleicht erinnert ihr euch noch, von Barack Obamas Geburtsurkunde in Zweifel gezogen zu haben, ja. Damit habe Trump nämlich die Sicherheit ihrer Familie gefährdet und ja, das hat sie ziemlich geschockt und die Presse hat wirklich fast ausschließlich nur positiv über sie berichtet und gesagt, das Buch, und das kann ich wirklich komplett so unterschreiben, ist einfach als Autobiografie einer First Lady, ist es ja nicht die erste, auch Hillary Clinton hat schon eine geschrieben. Ich glaube, die Frau von Bush damals hat auch eine Autobiografie geschrieben und eine Redakteurin schreibt, neu und unerhört an der Autobiografie der früheren First Lady ist aber die schonungslose Selbstkritik, mit der sie ihr bisheriges Leben überprüft. Denn Michelle Obama schaut ihr Leben an und in einer rückhaltlosen Selbstbefragung entsteht vor ihren und unseren Augen ein neues Muster und in solchen Momenten verdichtet Obama das, was sie rückblickend in ihrem Leben erkennt, dass es sich nicht lohnt, den Vorspiegelungen von Glamour nachzueifern, wenn es sich nicht echt anfühlt, dass es nur einen Maßstab für Erfolg gibt, nämlich den eigenen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das Buch ist tatsächlich sehr, sehr authentisch geschrieben und sehr ehrlich in einer Rückschau des eigenen Lebens. Und mit sehr viel Smartness, würde ich sagen, tatsächlich auch vieles nochmal beleuchtet. Sie beleuchtet einfach ihr eigenes Leben nochmal und zieht selber sehr viele Rückschlüsse auch einfach daraus zu ihrer eigenen Geschichte. Dass sie nämlich ganz am Anfang einfach das fleißige Mädchen war, was Karriere machen wollte und dass sie irgendwann verstanden hat, dass sie das überhaupt nicht glücklich gemacht hat. Ich meine, die war Vice President, die hat alles erreicht, was sie konnte, was sie wollte und hat aber gemerkt, dass sie immer diese fleißige, kleine Michelle war, in Anführungsstrichen klein, so mit Gänsefüßchen, die halt irgendwie mit dem Label der afroamerikanischen intelligenten Frau irgendwie leben musste. Und reflektiert das in diesem Buch so wahnsinnig brillant, dass ich verstehen kann, dass das ein so großer Bestseller geworden ist. Und es blieb nicht nur bei dem Bestseller. Ihre Buchtour wurde tatsächlich verfilmt und 2020 auf Netflix ausgestrahlt und die Dokumentation trägt denselben Namen. Kann ich auch sehr empfehlen, sehr kurzweilig. Und wen Michelle Obama interessiert, der kann sich das auf Netflix auch angucken. Sehr, sehr nah. Man merkt sehr viel vom Humor von ihr. Und ich bin auf jeden Fall großer Michelle Obama Fan. Ich bin sehr begeistert und ich kann das beides empfehlen, das Buch und auch den Film. Und ich finde, man kann sehr, sehr viel von ihr lernen, von ihrer sehr charismatischen Art, würde ich fast schon sagen. Und genau, was lernen wir? Ist es okay, den Praktikanten Toyboy zu heiraten? Nein, natürlich nicht. Also das ist natürlich okay, aber es ist kein Learning, mit dem ihr hier rausgehen sollt. Sondern was habe ich mitgenommen? Also ich habe mitgenommen, erstens, durch harte Selbstreflexion lernt man mehr über sich, als fleißig und ambitioniert die Karriereleiter hochzuklettern. Also als immer weiter fleißig und ambitioniert die Karriereleiter hochzuklettern. Und das Zweite ist, Selbstbewusstsein kommt ja von sich seiner Selbstbewusstsein. Also auch nochmal ganz interessant. Erst dann kann man ohne Angst und Scham so stilvoll wie Michelle jede Hürde meistern. Also sich sehr mit sich beschäftigt zu haben, auch sich seiner Selbstbewusstsein. Das fand ich für mich nochmal ganz interessant. Und dann kann man auch so auftreten, so glamourös und so selbstbewusst wie sie. Und das fand ich toll. Finde ich eine tolle, tolle Frau einfach, auch ein toller Mann. Ich finde die beide einfach toll. Aber hier geht es ja heute um First Ladies sozusagen. Und die erste afroamerikanische First Lady, die direkt mal Schwung in die Bude gebracht hat. Hättest du dir, wenn du dich mit dem Buch und der Doku beschäftigst, hast du dann gewünscht, dass sie auch in die Politik geht und versucht, die nächste Präsidentin zu werden? Hätte ich mir das gewünscht. Also jetzt auch nicht mal nur politisch, sondern jetzt, wenn man auf sie selbst und ihre Karriereentscheidung guckt. Ach, ich bin immer beflügelt von sowas tatsächlich, weil sie hat ja schon das geschafft, was glaube ich, was viele einfach, nee, was viele nicht geschafft haben. Aber was, was, also sie hat einfach das geschafft, ihre Stimme zu nutzen, wie auch die anderen beiden Frauen, Jackie und auch Betty, um einfach Themen präsent zu machen, um sich für Dinge einzusetzen. Und ich glaube, ob man das jetzt als Politikerin macht oder als Aktivistin oder als Stilikone, ist am Ende für mich jetzt persönlich Jacke wie Hose. Also das ist egal. Sie ist einfach eine tolle, selbstbewusste Frau, die einfach nicht in ihrem Kämmerlein ihre Dinge für sich verarbeitet, sondern einfach nach draußen geht und Themen anspricht, Dinge präsent macht. Auch sagt, hey, weißt du was, es ist nicht nur, Karriere ist nicht nur das, was zählt. Habe ich gemacht, ja, ich war Princeton und dann Harvard. Ich bin, ich bin sozusagen in allen Kreisen gewesen, wo ich sein konnte. Es hat mich nicht glücklich gemacht und ich habe erst durch den, eigentlich durch den Wahlkampf und durch diese andere Auseinandersetzung mit mir selbst, mit Humor, mit einer anderen Aufmerksamkeit auch mal nochmal gelernt, was mich glücklich macht, was mir gut tut. Und das finde ich cool. Ich mag das. Ich finde das toll, wenn man für sich einsteht, ob Frauen oder Männer, ist total egal. Und deswegen Michelle Obama als Präsidentin, ach, weiß ich gar nicht, wer sie bestimmt. Aber ich glaube, das muss gar nicht. Und das waren auch nicht ihre Ambitionen. Das wollte sie ja auch nie. Also von daher. Konsequent. Ja. Ja, glaube ich auch, dass man mitkriegt, dass so Präsidentschaften ein anstrengendes Unterfangen sind. Dass man da nicht nur rumhängt im Weißen Haus die ganze Zeit. Von daher, wenn man auf seine eigene Zufriedenheit und so schaut, dann glaube ich auch, dass sie besser weiß als jeder andere, welche Nachteile das hätte, die Entscheidung zu treffen. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass man das ja auch politisch in Frage stellen kann, ob das so Sinn macht in einem System, dass immer Verwandte dann halt eben auch den Posten irgendwie antreten können. Oder dass es halt so stark einfach nur um Beliebtheit geht. Wobei es ja auch nicht nur, also die Beliebtheit kommt auch mit daher, dass sie ein paar gute Reden gehalten hat und so, dass man schon gemerkt hat, okay, die hat vielleicht jetzt hier politisch auch was drauf und die kann Leute bewegen und so. Aber ja, auch wenn es irgendwie so naheliegend wäre, wahrscheinlich trotzdem die richtige, konsequente Entscheidung, den eigenen Weg da weiter zu gehen und sich mindestens mal nicht dazu drängen zu lassen. Ja. Spannend, wer weiß. Und dann überrascht du uns am Ende und tritt doch noch zur nächsten Wahl an. Ja, wer weiß. Mal gucken. Wir schauen mal. Cool. Haben wir drei spannende First Ladies gehabt? Absolut. Wollen wir mal zusammenfassen, was wir von ihnen lernen konnten? Machen wir. Von Jackie Kennedy oder Jackie O auch genannt, lernen wir auf jeden Fall, stay true to yourself, even if you're wicked famous. Ja, gehe deinen eigenen Weg, egal in welcher Beziehung du bist. Von Michelle konnten wir lernen, durch harte Selbstreflexion lernt man mehr über sich, als einfach immer weiter nur fleißig und ambitioniert die Karriereleiter hochzuklettern. Und Selbstbewusstsein kommt von sich seiner Selbstbewusstsein. Erst dann kann man ohne Angst und Scham so stilvoll wie Michelle jede Hürde meistern. Super. Und ich hatte heute nur einen Blog und ein Learning habe ich daraus mitgebracht von der grandiosen Betty Ford, nämlich Schwächen und Rückschläge können Chancen. Vielleicht liegt eine inspirierende Lebensleistung darin, genau diese zu überwinden. Super. Und damit verabschieden wir uns und freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche. Wir hoffen, dass ihr einen muckeligen November erlebt und euch nicht ganz so über das Wetter ärgert. Und wir sehen euch, hören euch, sehen. Sehen wir schön. Sehen wir auch mal was. Sehen wir auch mal was. Wir hören euch auf jeden Fall oder ihr hört uns nächste Woche. Wir freuen uns. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.